So Leute, im heutigen Video werden wir uns über den Bitcoin-Preis unterhalten, der jetzt gerade in diesem Moment an einem ziemlich kritischen Punkt ist. Außerdem werde ich euch zeigen, wie die nächste große Bewegung für Bitcoin aussehen wird. Dann werden wir uns darüber unterhalten, warum das Top, das wir damals bei 73.500 Dollar für Bitcoin gesehen haben, dass das nicht das Zyklus-Top für Bitcoin gewesen ist. Wir schauen uns dann noch die traditionellen Märkte an und auch noch alles andere, was ihr wissen müsst. Genau deshalb schaut euch das Video vom Anfang bis zum Ende an. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor dem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Was ich euch ja gesagt habe, war, dass wir in diesem Moment tatsächlich dabei sind oder wir versuchen es zumindest durch die orangenen Box durchzubrechen. Und jetzt lasst uns einfach mal anschauen, was in der letzten Zeit passiert ist. Also, wir sind unter die orangenen Box gefallen. Wir haben Unterstützung an der orangenen Linie bei 61.000 auf dem Daily Chart gefunden. Dann hatten wir eine richtig schöne, fette, grüne Kerze. Jetzt gerade versuchen wir mit der nächsten Kerze durch die orangenen Box zu brechen. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, kann man sehen, beim ersten Mal, als wir durch diese orangenen Box nach unten durchgebrochen sind, sind wir zur orangenen Linie, hatten eine richtig fette, grüne Kerze, die tatsächlich auch wieder genau bis in die orangenen Box gekommen ist. Dann hatten wir richtig, richtig fette Volatilität innerhalb dieser Kerze. Danach haben wir es geschafft, über die orangenen Box zu kommen und wir haben halt ein neues Swing High gemacht. Obwohl man dazu sagen muss, dass das High tatsächlich ein lauer High gewesen ist und der Trend ist halt eben immer noch gleich geblieben. Wir haben immer noch lauer Highs gemacht und auch immer noch lauer Lows. Zumindest mal hatten wir einen schönen Swing nach oben, sind allerdings wieder nach unten, haben einen neuen Slow gemacht, diesmal bei der orangenen Box. Jetzt kann man allerdings sehen, dass wir möglicherweise, wenn wir es wirklich schaffen sollten, durch die orangenen Box zu brechen, dann könnten wir sehen, dass der Trend sich umkehrt. Wenn das jetzt hier also der Boden von dieser Bewegung sein sollte, also wenn wir keine Rejection sehen und dann noch weiter nach unten gehen, dann wäre dieses Slow höher als das andere. Und das würde bedeuten, dass wir möglicherweise langsam aber sicher wieder einen Trend-Reversal sehen, dass wir die ganze Zeit nicht mehr lower Highs machen, sondern wir möchten sehen, dass wir durch die orangenen Box nach oben durchbrechen. Wir wollen dieses alte High nach oben rausnehmen und dann können wir uns auf den Weg machen, dieses ganz wichtige Level bei 68.500 rausnehmen. Das ist das, was ich momentan auf jeden Fall ganz klar im Auge behalte. Und wir befinden uns momentan noch auf dem Daily Chart dabei, es zumindest versuchen durch die orangenen Box zu brechen. Also momentan passieren ganz, ganz wichtige Sachen auf dem Bitcoin Chart, die ich euch hier alle in der Zukunft natürlich immer wieder zeigen werde. Ich bin allerdings ziemlich überzeugt von der Tatsache, dass egal ob es heute sein wird, ob es in der Woche oder fünf Monaten sein wird, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass wir höhere Preise für Bitcoin sehen werden. Und die traditionellen Märkte, schaut mal, auch die gehen krass nach oben. Die haben einen weiteren Pump nach oben gehabt und das bestärkt mich einfach weiter in meiner These, dass Bitcoin auch, obwohl die traditionellen Märkte, okay klar, momentan Bitcoin outperformen, jetzt gerade gehen wir nach oben dort, obwohl Bitcoin nicht nach oben geht. Aber immer wenn wir das in der Geschichte gesehen haben, dann war es lediglich eine Frage der Zeit, bis auch Bitcoin aufgeholt hat und auch Bitcoin wieder zu höheren Preisen gegangen ist. Das ist also für mich absolut in Ordnung. Dann eine andere Sache, die ich euch noch zeigen wollte, ist dieser Trading-Shot-Chart. Und was man hier sehen kann, ist, dass wir eine ziemlich ähnlich Fraktale haben wie in der Vergangenheit. Hier haben wir auf jeden Fall diesen aufwärts gerichteten blauen Kanal. Und in 2019 muss man auch wissen, da haben wir eine gewisse Anomalie. Das war ein Outlier, das war die Libra-Bubble, falls ihr das nicht wusstet, was da passiert ist. Das war der Zeitpunkt, wo Facebook gesagt hat, dass sie sich in Krypto einagieren wollen. Die wollten ein Stablecoin machen, ist am Ende nichts geworden, aber gab auf jeden Fall einen riesigen Hype. Dann hatten wir den Covid-Crash, der natürlich ein riesen Black Swan-Event gewesen ist. Wir sind nach unten, dann gehen wir wieder zurück in den Kanal. Wir schaffen es, den 50er Moving Average als Unterstützung zu bestätigen. Also diese blaue Linie, die wir hier haben. Und dann laufen wir die ganze Zeit weiter auf diesem Kanal nach oben, bevor wir in eine parabolische Phase kommen und zack, kämen wir nach oben. Wenn ihr euch jetzt mal die Ähnlichkeiten anschaut, kann man sehen, auch hier haben wir das Black Swan-Event gehabt mit dem FTX-Crash, nachdem wir erst in diesem Kanal gelaufen sind. Wir gehen nach oben, wir bestätigen wieder den 50er Moving Average, also die blaue Linie als Unterstützung. Und dann gehen wir, oder wir sind jetzt mittlerweile schon in einem parabolischen Kanal nach oben. Das wiederum, das legt uns nahe, dass wir ein 100.000 Dollar Bitcoin sehen werden und auch ein 140.000 Dollar Bitcoin. Und zwar, ja, einfach während dieser Kanal einfach weiter nach oben läuft. Das Ding an der ganzen Sache ist einfach, dass ich persönlich glaube, dass wir erst einmal noch eine ganze Weile seitwärts laufen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten paar Monaten wirklich richtig krass nach oben gehen. Ich schätze also, es wird erstmal etwas langweilig. Das bedeutet, obwohl ich natürlich mit der These übereinstimme, dass wir höhere Preise sehen werden, glaube ich nicht, dass es ganz so aggressiv sein wird, wie jetzt hier in diesem grünen Kanal. Ich glaube also, wir haben eine etwas längere Verschnauzpause während des Sommers, was allerdings auch nicht bedeutet, dass ich gar nicht glaube, dass wir nach oben gehen. Ich glaube nur nicht, dass es wirklich explosiv sein wird. Aber generell kann ich mir schon vorstellen, dass wir etwas weiter nach oben gehen. Aber ganz allgemein glaube ich auch, dass es super viel langweilige Seitwärtsbewegungen während des Sommers geben wird. Es wird schon ziemlich viel der Marktteilnehmer aus dem Markt rausschwemmen, die halt eben mit 50x rechnen innerhalb von einer Woche. Und ja, das ist genau das, womit ich rechne. Wir müssen aber natürlich mal abwarten, ob sich das genauso entwickeln wird. Und ganz klar ist diese Bewegung dann gut für meine Trading-Strategien. Denn wie ihr wisst, diese Trading-Strategie war ja schon, ich glaube, bei minus 10%. Weil genau als ich die geöffnet habe, sind wir einfach direkt nach unten gecrashed. Das war hier oben, als wir diesen massiven Drop nach unten gehabt haben. Aber falls ihr den später aufgemacht habt als ich, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil ich ja erst noch das Video gemacht habe, dann solltet ihr eigentlich tatsächlich mittlerweile schon in einem richtig schönen Gewinn sein. Also lasst mich mal im Kommentarbereich wissen, ob ihr in einem Gewinn seid. Ich persönlich bin bei minus 1% und ich werde euch natürlich auch wie immer über all das hier auf dem Laufenden halten, was mit den Trading-Strategien passiert. Falls ihr allerdings genau die gleichen Trading-Strategien benutzen möchtet, dann geht nach unten in die Videobeschreibung. Meldet euch mit meinem OKEx-Link bei OKEx an. Da könnt ihr mit meinem Link bis zu 60.000 Dollar Trading-Boni bekommen. Und da mit einem One-Click-Setup könnt ihr hier die gleichen Bots oder den gleichen Bot benutzen, den ich auch benutze. Falls ihr OKEx nicht benutzen könnt, könnt ihr BitGet benutzen. Da meldet ihr euch auch mit meinem Link an, könnt euch einen Boni holen und dann könnt ihr mit ein paar Klicks auch hier meinen BitGet-Bot benutzen. Eigentlich ziemlich einfach. Schaut euch auch gerne mein Videotutorial an, was ihr oben in der Videobeschreibung findet. Okay, kommen wir zu einer anderen Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar wollte ich euch zeigen, dass wir möglicherweise schon ziemlich bald etwas Verkaufsdruck für Bitcoin bekommen können, weil einige Miner halt eben unter Druck stehen, weil die weniger Geld verdienen. Ist ja ganz klar. Einige Leute müssen oder einige Miner müssen wirklich sogar Miner abschalten. Das Schöne an Bitcoin ist, dass wir hier eine gewisse Selbstregulierung haben. Das Ding ist nämlich, wenn weniger Miner da sind, dann wird die Schwierigkeit zum Minen kleiner und dann bekommen halt die Leute, die noch am Minen, halt wieder mehr Geld. Das ist so ein Selbstregulierungsmechanismus. Hat was damit zu tun, dass wir immer ungefähr alle 10 Minuten einen Block haben müssen. Jetzt will ich euch nochmal das hier zeigen. Also, das Zyklus-Top, was wir bei 73.500 Dollar gehabt haben oder 73.600, wenn wir ganz genau sein wollen. Dieser Chart hier legt uns nahe, dass das nicht das Zyklus-Top gewesen ist. Weil wenn wir uns 2021 anschauen, beide Tops in 2021, da hatten wir unfassbar viele Long-Liquidierungen, weil super viele Long gegangen sind. Die waren mega bullish und als wir noch unten gegangen sind, die liquidiert wurden. Wenn man sich allerdings mal anschaut, wo wir jetzt sind, wenn ihr wirklich glaubt, dass das hier der Top gewesen ist, dann sind tatsächlich die meisten Liquidierungen aus Shorts gekommen. Die Leute haben also niedrigere Preise erwartet und dann hatten wir kleine kurze Pumps nach oben und die Shorts sind absolut gerackt worden. Das ist ein mega großer Unterschied zu dem, was wir 2021 gesehen haben. Bei diesem Peak haben wir diese verrückte Euphorie überhaupt nicht gehabt, die ja normalerweise immer damit zusammenhängt, dass super viele Leute Long gehen. Hier, ja, wir haben niedrigere Preise gesehen, aber wir haben auch richtig schöne Bounce da drin gehabt und die Shorts sind halt immer wieder liquidiert worden. Also riesen, riesen Unterschied. Eine ganz wichtige Sache, die man mal im Hinterkopf behalten sollte. Und makroökonomisch, wenn man das Ganze auch mal betrachtet, dann kann man sehen, dass die globale Nachfrage nach Gold niemals stärker als jetzt gewesen ist. Ja, die ist mega, mega stark. Und ihr wisst ja, was digitales Gold ist, Bitcoin. Und auch das ist stark und wird stark sein. Das hier, das ist im Übrigen der TechDev-Chart auf dem Others-Chart, wo man ja die Altcoins ohne die Top Ten sieht. Also ohne Bitcoin und ohne die Top Ten der Altcoins. Das sind im Wesentlichen kleinere Altcoins. Das ist auf dem Zwei-Monats-Chart. Das heißt, jede Kerze sind zwei Monate. Und hier kann man sehen, dass wir hier an dieser Stelle uns quetschen. Man sieht die Ähnlichkeiten der LMACD auch hier. Und als wir das das letzte Mal gesehen haben, haben wir einen richtig fetten Pump nach oben gehabt. Wir hatten einen richtig schönen Altcoin-Run. Die große Frage ist nur, werden wir auch jetzt wieder einen großen Altcoin-Run sehen? Ich schätze ja, was ich allerdings gestern auch gesagt habe, war, also wenn ihr mein gesterniges Video nicht gesehen habt, das, was ich da gesagt habe, bleibt immer noch das Gleiche. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Super, super wichtig. Und außerdem könnte es noch ein paar Monate dauern, bis vielleicht zwei Kerzen, bis wir überhaupt anfangen zu sehen, dass wir signifikante Pumps nach oben haben. Und das wiederum könnten immer noch vier Monate, fünf Monate sein. Selbst wenn Tech der viel Recht hat mit diesem Chart. Weil, wie gesagt, Zwei-Monats-Chart. Es kann also noch etwas dauern, bis wir nach oben durchbrechen. Aber ich schätze, wir werden nach oben durchbrechen. Und bis wir dahin da sind, ihr müsst unbedingt aufpassen bei Altcoins, die eine Riesenbewertung haben, weil oder wenn vor allem da richtig große Unlocks kommen, müsst ihr unbedingt nachschauen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon bis heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wo ich hier gerade am Sprechen bin, sieht man, dass wir hier am Rand der Orangenenbox ein kleines bisschen abprallen. Wird schwierig, da durchzubrechen. Aber wir schauen und ich hoffe mal, dass wir es schaffen. Im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video.